Guten Tag, liebe Studentin. Guten Tag, lieber Student. Heute behandeln wir das Thema Fragewörter. Genauer, Frageadverbien nach Zeitangaben. Und zwar, es geht um die Frageadverbien wann, seit wann, bis wann, wie oft und wie lange. Ich komme am Sonntag. Die Frage nach dem Zeitpunkt heißt wann. Das Fragewort oder das Frageadverb nach dem Zeitpunkt heißt wann. Also wann kommen Sie? Ich komme am Sonntag. Das Frageadverb nach dem Zeitpunkt in der Vergangenheit heißt seit wann. Ich bin seit dem ersten Juni in Karlsruhe. Die Frage, seit wann sind Sie in Karlsruhe? Seit dem ersten Juni. Das Frageadverb nach dem Zeitpunkt in der Zukunft heißt bis wann. Bis wann bleiben Sie in Karlsruhe? Ich bleibe bis Ende des Jahres in Karlsruhe. Geht es um die Wiederholung eines Sachverhalts? Dann fragen wir, wie oft? Wie viel Mal? Ich gehe zweimal im Monat. Das stimmt natürlich nicht. Meine Frau geht zweimal im Monat zum Friseur. Ich frage dann, wie oft gehst du zum Friseur? Nach der Zeitdauer fragen wir, wie lange? Wie lange bleiben Sie hier? Eine Woche oder zwei Wochen? Ich denke, ich bleibe zwei Wochen Wochenende bis zu playoffs.�. Com。 ihr Allemsch Peru sitzt. Ich dachte, ihr Weteruchen어 ist ein paarälle. Es gibt zwei Informationen, wobei sie ist und eine weitere kann. Sie sagt, wenn sie mal mache, wir bieten können zu in der letzten Stunde tun können.